Mia, wach auf! Heute ist Karneval! Du musst dein Kostüm anziehen! Hörst du mich nicht, Mia? Ihr habt eine Party in der Schule! Warum wacht Mia nicht auf? Sie darf nicht schon wieder zu spät zur Schule kommen! Ah, ich habe eine Idee! Das könnte klappen! Wach auf, mein Schatz! Zieh dein Kostüm an und geh dann zur Schule! Sie wacht immer noch nicht auf! Mia, Herr Schmidt hat gesagt, dass du nicht noch mal zu spät kommen darfst! Ich muss sie irgendwie wecken! Ah, ich weiß! Mia, du musst aufwachen! Und dich fertig machen! Du hast doch so ein cooles Kostüm! Benutz auch ein bisschen Parfüm! Ich werde bald berühmt! Mia, du hast jetzt Schule! Steh doch jetzt auf, du Coole! Ich glaube, ich habe keine Chance! Moment! Eine Sache kann ich noch versuchen! Mia, es gibt Döner! Hm, das funktioniert wohl auch nicht mehr! Ein letzter Versuch noch! Sonst gebe ich auf! Mia, es gibt Döner mit Bubble Tea! Hä? Döner mit Bubble Tea? Mia ist wach! Ich fasse es nicht! Was trägst du da, Papa? Ein Kleid! Du musst auch dein Kostüm anziehen! Hä? Warum sollte ich ein Kostüm anziehen? Heute ist doch Karneval! Ach ja, stimmt! Ich habe ein Kostüm! Dann los! Steh auf und zieh dich an! Muss ich denn zur Schule gehen? Ja! Ihr werdet Party in der Klasse machen! Na gut! Ich bin gespannt, was wir machen werden! Soll ich dich zur Schule fahren? Nein, besser nicht! Ich nehme mit Maria den Bus! Na gut! Dann musst du dich aber beeilen! Pia, lass uns Party machen! Wo ist eigentlich mein Döner mit Bubble Tea? Naja, ich ziehe mal mein Kostüm an! Ich bin so müde! Gut, dass ich gestern Abend schon geduscht habe! Dann muss ich jetzt nur noch mein Kostüm anziehen! Ich freue mich aber auf die Karnevalsparty! Mein Kostüm ist im Kleiderschrank! Es ist Karneval! Was machst du da, Paul? Ich feiere Karneval mit euch! Ich habe aber kein Kostüm! Ich habe ein Kostüm für dich gekauft! Wie bitte? Zieh dich um! Wir gehen Party machen mit Max! Äh, na gut! Ich habe mir ein echt cooles Kostüm besorgt! Ich habe aber nicht mehr so viel Zeit! Ich muss mich schnell umziehen! Das sieht voll gut aus! Bin ich ein Superheld? Ja, du bist die stärkste Frau der Welt! Flieg mal! Paul? Ja, Schatz? Das ist nur ein Kostüm! Ich kann nicht in echt fliegen! Ach ja, stimmt! Wo feiern wir denn Karneval? Das ist eine Überraschung! Es wird echt cool! Können wir Max denn mitnehmen? Ja, Kinder können auch mitkommen! Okay, wann gehen wir los? In fünf Stunden! Hä, warum haben wir uns dann schon umgezogen? Weil ich so aufgeregt bin! Ich ziehe mich wieder um! Okay, Schatz! Mein Kostüm ist so gut! Ich gehe als Burgerprinzessin! Mal sehen, was die anderen in der Schule so anhaben! Hey, Schatz! Ich gehe jetzt zur Bushaltestelle! Kommst du mit? Ja, ich bin schon draußen! Ich habe eine Frage, Schatz! Hallo, Mia! Brauchen wir eigentlich unsere Tasche? Nein, heute brauchen wir keine Tasche! Okay, wann kommt der Bus? In fünf Minuten! Treffen wir uns an der Bushaltestelle? Alles klar, Schatz! Komm, Mia! Tanz mit mir! Heute ist Karneval! Was war das denn? Das ist mein Vater! Papa, ich telefoniere gerade mit Maria! Soll ich euch echt nicht zur Schule fahren? Nein, danke! Ich komme jetzt zur Bushaltestelle, Maria! Okay, ich freue mich schon, Schatz! Bis dann, Papa! Bis dann, mein Schatz! Viel Spaß in der Schule! Euch auch viel Spaß! Papa ist zwar manchmal ein bisschen seltsam, aber ich liebe ihn sehr! Da hinten ist die Bushaltestelle! Da hinten ist die Bushaltestelle! Maria ist bestimmt schon da! Noch vier Stunden und 50 Minuten bis zur Party! Vielleicht will sich Pia ja wieder das Kostüm anziehen! Pia! Du siehst ja richtig süß aus, Maria! Du bist ein Hase! Und du bist ein Bürger! Haha! Eine Burgerprinzessin! Ja, haha! Voll cool! Ich bin gespannt, was wir in der Schule machen! Ja, da kommt der Bus! Sehr gut! Wir kommen nicht zu spät! Steh auf, Pia! In vier Stunden und 45 Minuten ist die Party! Nein! Ich schlafe noch ein bisschen mit Max! Hm, na gut, Schatz! Wie läuft es eigentlich mit dir und Emre? Echt gut! Ich denke, ich liebe ihn! Ihr seid ein echt süßes Paar! Danke! Und wie läuft es mit dir und David? Geht so! Er hat sich irgendwie total geändert! Was meinst du damit? Er behandelt mich schlecht! Ich glaube, ich bin ihm egal! Glaubst du, er betrügt dich? Es kann sein! Aber ich weiß es nicht! Du hast etwas Besseres verdient, Maria! Soll ich ihn verlassen? Hör auf dein Herz, Schatz! Ich überlege es mir! Wir müssen jetzt aussteigen! Ich mache einfach alleine Party, bis Pia aufwacht! Ich liebe Karneval! Wo sind denn alle? Die sind wahrscheinlich schon alle in der Klasse! Lass uns reingehen! Ich darf nicht nochmal zu spät kommen! Oh nein! Schnell, Maria! Ist doch nicht so schlimm! Doch! Herr Schmidt hat gesagt, dass ich nicht nochmal zu spät kommen darf! Was passiert denn sonst? Dann darf ich nicht mehr in die Pause gehen! Lass uns laufen! Na gut! Da ist unser Klassenraum! Komm, Maria! Hier ist ja schon voll die Party! Tanzt mit Mia und Maria! Haha! Sofort! Was ist denn hier los? Was macht ihr da? Äh, wir tanzen! Wieso? Wir haben Unterricht! Aber wir haben doch Karneval! Ich habe euch gesagt, dass wir heute einen Test schreiben! Das haben Sie gar nicht, Herr Schmidt! Natürlich habe ich das Mia! Bringt sofort die Tische zurück! Wir schreiben jetzt den Test! Das kann doch nicht sein! Meinen Sie das ernst, Herr Schmidt? Natürlich! Jetzt holt die Tische! Spaß! Wir feiern Karneval! Sie sind der beste, Herr Schmidt! Wo ist Ihr Kostüm? Das ziehe ich jetzt an! Bist du wach, Pia? Ja, aber Max schläft noch! Wie lange haben wir noch bis zur Party? Drei Stunden und 58 Minuten! Paul? Ja, Schatz? Bitte geh und komm erst in drei Stunden wieder! Na gut! Das ist mein Kostüm! So cool! Herr Schmidt ist ein Astronaut! Wir feiern den ganzen Tag! Geht erst mal in die Pause! Hast du David schon gesehen? Nein! Ich glaube, der ist heute nicht zur Schule gekommen! Warum ist Emre eigentlich nicht auf unserer Schule? Der geht auf eine Schule hier in der Nähe! Vielleicht kommt er aber bald zu uns! Das wäre cool! Ja, dann könnte ich ihn jeden Tag sehen! Hallo Mia! Wer bist du? Ich liebe dich! Hä? Sag mir sofort, wer du bist! Du kennst mich! Das kann nicht sein! Nico? Gebt einen Daumen hoch für ein neues Video! Und klickt auf diese Folge! Schön! von прям! Und das scaresst mich! Bis dann! Du bist!